Mach go. Hä? Mach go! Hallo und herzlich willkommen meine Freunde, ich bin euer Benjamin und ihr seid hier wieder bei einem weiteren Part unseres Donkey Kong Country 2 Togeathers mit Töchreppelt. Ja, ich bin der Unser, der zweite Teil. Und guckt jetzt mal beim Loren Level, das mussten wir ja nachspielen, wessen Fratze dort drauf klebt. Ja, ganz elegant muss ich mich da jetzt zwischenschieben. Ja, ich wollte mir mal eine Pause gönnen, da ich ja die wirklich harte Arbeit gemacht habe. Aber wir starten natürlich jetzt in dem Level, wo wir das letzte Mal abgekackt sind. Oh, wir gehen jetzt einfach rein, egal was. Ja, wo du elegant Game Over mäßig in die Kanonenkugel hineingesprungen bist. Nein, das ist nie passiert. Das war vielleicht in einem Parallelunivers, aber nicht hier. So, jetzt holen wir erstmal Schwengli nochmal. Jetzt wäre es ja fast schon so weit gewesen. Ja, ich wollte nur den Spannungsbogen schon früh aufbauen. Man sieht es. Oh, guck mal. Scheiße, du kriegst mich wieder. Ich hätte gelacht, wenn du da jetzt nicht rangekommen wärst. Oh, Gottchen. Mit dem nicht rankommen, ne? Ich bitte dich. Ja, dann spring mal mit der Schwengelschlange. Schön im Wind. Ja, so ein Schwengel im Wind, das hat seine Vorteile. Der Schottenrock kann dir was davon erzählen. Der was? Ein Schottenrock. Oh, was zur... Spring, spring, spring. Hilfe, es geht... Nein, nicht pass. Oh, das ist ein Mistkackvieh, ey. Alter. Ich hasse es jetzt schon. Dieser Cheater, ey. Ich will auch so ein Aladdin-Tuch. Halt die Klappe. Nicht mal das K. hat er geholt. Oh. Ey, das war so fies, ey. Boah. Ja, dachte, er ist so richtig rotzendreckig hier rum. Ah, 69. Ja, da haben wir so wieder jedes Mal aufs Neue, ey. Irgendwie schaffen wir das immer wieder. Tja, da hat der Wind ja wohl einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, vom Winde verweht, sag ich da nur. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber jetzt kommt erstmal der Rapid. Was passiert dir nochmal? Wann und wie? Na, ach, jetzt kommt er wieder mit seinen komischen Analysen hier an, ey. Oh, Wind, ey. Geh mir nicht auf den Sack jetzt. Ein luftiger Sack, das ist ja schön. Okay. Und jetzt. Ja, wo ist er denn? Ich? Ich geb mal hier die Idee. Du bist wieder im Canyon, ey. Im Canyon, will ich sagen. Ja, ich bin halt ein Höhlenforscher. Ein Canyon ist doch keine Höhle. Das weißt du nicht. Ein tiefer Graben. Tja. Man muss jede Furche durchsuchen. Och, Gottchen. Jetzt ist es. Hallo, wir haben erstmal gerade ein paar Minuten aufgenommen. Jetzt geht das schon. Jetzt driftet das schon wieder in so tiefe Untiefen ab. Was? Wie? Was? Ich meine das rein geologisch. Ja, was? Na jetzt. Hör auf, mich hier mit Fakten zu kommentieren. Wir müssen irgendwie über... Mit Fakten? Oh mein Gott. Ja, das war so schlecht. Natürlich war es schlecht. Ja. Guck mal hier. Was war das? Was war? Du verlierst ja Hedy die Kommentiergrundlage. Nein. Ah, guck mal, guck mal. Ich hab mich jetzt mal fertig lachen lassen. Das Schwengeli, der Gute. Der Gute Schwengel, Mann. Wenn du da nach oben springst, dann dreht der Wind, ne? Mit A. Was? Wie es dort gezeigt wird, du. Das steht zwar da, aber wenn ich das drücke, dann rutsche ich wieder zurück. Das ist voll die Treppe. Voll die Treppe. Mach es doch erstmal besser hier. Ich hab nie gesagt, dass ich es besser kann, ey. Mein Gesicht zieht das Lone-Level jetzt. Ja, ja. Ja, irgendwo muss man ja... Ich hab mal Pause gemacht. Ja, Pause. Du meinst das Game Over vorn dran. Also nicht Game Over, sondern in die Schlucht gefallen. Nein. Ich hab relax und der Rappet... Wie geht das nochmal? Wuhu. Wuhu. Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Der Rapp. Wuhu. Der Rappet. Oh nein, nicht das da. Das ist nicht gut. Guck mal, wie ich das vorhin gemacht hab. Ja, ja, da hab ich Angst vor. Wuhu. Das ist halt im High-Skill-Bereich. Mhm. Oh, oh. Ich hab böse Worte gesagt. Ich hab halt alles von mir im Lone-Level verballert. Ja. Ja, die 0,1 Prozent, ja. Ja, und außerdem bist du der Skill-Töter. Also wenn du Skill sagst, dann stirbst du. Mir ist das ja bisher nicht passiert. Ja, deswegen will ich dich jetzt mal sehen. Nein, nein. Ja, das ist ja noch schlimmer als ich, ey. Och, mach ich mal mitten in der Schlucht hier ne Kehrtwende. Ich dachte, ich hab mich gewundert, wo der Wind bleibt. Dann, hm, ich will ihn wieder zurück. Dann war er aber schon da. Scheiß auf die Schlange, ey. Nein, mit Schwengli geht das gut. Ach, Schwengli braucht zu lange. Nein. Oh. Der kommt nicht zu Potte. Das geht gar nicht. Siehst du, der ist jetzt voll lahm. Ach, guck mal, das geht doch gleich. Jetzt wird hier erstmal geschweigelt. Wait. Mit aller Macht. Mit der Macht. Von Greyskull hier. Why? Bei der Macht von Greyskull. Ich hab' uns der Grupp geschafft. Ja. Warte, wie was? Mein Vater? Nee. Hm. Ah, ich bin mein Vater, sein Sohn. Und der Wächter von, der Overchecker von Eternia. Ja. Ähm. Nö. Und Tschüss. Ich hab' ne Zauberspruch, mit dem ich meine Buchse ausziehen kann. Und der Cringer hat auf Emo Brudali Leather Cup an. Nur drei andere Wisse, dass ich, ne, nur drei andere Wisse, dass ich mit dem Zauberspruch meine Buchse ausziehen kann. Da alte, der Stab-Plumpe. Stab-Plumpe. Irgendwie, keine Ahnung, was auch immer. Ja, ist ja gut jetzt hier, da. Und zusammen pass' mir auf, dass das Skeletor uns das Bier nicht wegsaucht. Komisches, äh, Saarländer da. Saarländer He-Man. Jetzt reißt du mir hier. Komm, ich mach das. Ich hab's letztes Mal auch gerobbt. Ja, mach das mal. Teamwork. Wenn du schon hier kein Video zusammen kriegst, dann wach ich. Ey, ich hab's, hab's hingbekommen. Ja, boah, Alter. Ja, ja, ja. Kam der Wind direkt? Ich weiß es nicht mehr. Wie war's? Nein. Sicher? Nein. Überhaupt nicht, so. Bitte, was? Es kam doch direkt der Wind. Ja, das hast du doch grad schon gesehen. Du standst doch da noch. Ja, ich weiß. Ich hab jetzt nur eine Ausrede gesucht. Ich weiß. Ich will nur Bandehaden sammeln. Das ist natürlich, ja, typische Rapid wieder. Aha. Jetzt sieh mal zu hier. Ja, ja, ja. Jetzt will ich rum. Leiste mal was für dein Geld. Oh. Ach so, wir mussten ja gar nicht alle. Ich bin weitergekommen. Warte, Frage, Frage. Warum schwingelst du nicht einfach darüber? Ja, weil ich schon wieder dachte, wir müssen alle kaputt machen. Ach so. Aber das ist genau wie im letzten Part schon, äh, dass ich das mal wieder überhaupt nicht gelesen hab. Ja, ich hab... So. Ah, wie doof das einfach über ist, aber... Okay. Ja, ja, das, das Synonym für Herd B. Ja, ja, ja. Sollte ich... Komm, mach du wieder weiter hier, Teamwork. Meinst du wohl Skillbolzen? Oh, ein halbes, halbzeit fast. Ein halbes, halbzeit fast. Ein halbes, halbzeit fast. Oh, da war genau das. Ey, der hab ich überhaupt nicht gesehen, ey. Voll die Camouflagekugel. Das ist seltsam, weil es genau auf dein Gesicht zukam eigentlich. Ja. Ja, da müsste es ja eigentlich... Oh, wie eine Kanonkugel. Egal, äh, weiter jetzt hier im Text. Mmh. So, ich lass mal... Was? Oh mein Gott, das ist gefährlich. Dort ist richtig gefährlich. Wind! Schmeiß die. Oh, nein, ich will die Kanonkugel doch nicht schmeißen. Na, komm, der Wind, der bleibt... Jetzt. Nein. Oh. Jetzt. Nein. Oh. Oh, der hört nicht auf mich. Der hört nicht auf mich. Der ist aber... Der ist auf mich. Nein, wenn ich schon über den Bienen bin. Über den Minen? Bienen. Diese fliegenden gelben Viecher, die du dann am Stachel leckst. Oh, jetzt muss ich aber erst mal hier... Ja. Nein! Mein Gesicht wieder in eine Kanonkugel vergraben. Ja, der Gegenwinter macht mich fertig mit meinen langen, blonden Haaren. Oh, ein N. On. Ah, das passt! Okay, jetzt haben wir keine Kanonkugel. Gehst du weg mit deinem Wind? Oh, Rapid! Oh, oh, und sie... Angst. Angst. Nein, du fuck Wind, du! Du hättest einfach nur weiterspringen müssen. Ja, ich dachte, wir haben Gegen... Weiß nicht was. Er denkt da wieder irgendwas, ey. Was ist das denn? Komm du erst mal so weit. Präventivmaßnahme. Das war eine Präventivmaßnahme, hä? Mann! Ey, da geht immer los. Ich weiß nicht, was ich da tun soll. Von der Cheetah! Die Cheetah! Die Cheetah! Die Cheetah! So, jetzt aber hier mit ultra viel Skill. Oh, ich bin so gespannt. Ja, jetzt nicht springen. Lieber den Schwengelknopf drücken. Ah! Alter! Oh! Ah, 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 ah! Oh, er hat's geschafft. Oh, High-Skill-Bereich hier. Aber echt mal. Oh, 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 oh. Ah! Was ist hier los, ey? Was machst du da? Weiß ich nicht. Ich baue. Ich baue, ich baue, ich baue, ich baue, ich baue. Ein Schloss aus den Leichen meiner Gegner. Ja. Aufhören! Ja, Mann! Hast du gut gemacht hier. Aber hast du schon mal mit dem Ding da drin? Nein. Mit dem Ding war mir noch nirgendwo drin. Okay, Sterne sammeln. Das habe ich jetzt verstanden. Ähm. Ach so. Wow, mit dem Fass. Wow. Am besten holst du immer eine Reihe und nicht so kreuz und quer. Ich weiß schon nicht, ob das jetzt strategisch irgendwie klug ist oder... Joa. Bei mir ist alles strategisch sinnvoll. Scheiße. Ja, gut. Du hast ja noch 30 Sekunden, also gar kein Problem. Ja, das schaffe ich doch noch nicht. Das schaffst du doch noch. Oder auch nicht, ey. Mann! So, das habe ich jetzt geholt. Schmeiß dich. Ey, komm jetzt. Hau rein. Hol die letzten paar Sternchen jetzt noch. Ja, ich hole die Sternchen. Nein! Och, fucking yay. Das Schmängelcheat. Nein, 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 nein. 4 Sekunden, okay. Ich frage jetzt gar nicht erst. Nein, das ist nicht sinnvoll. Boah, ist das fies. Hin und her, hin und her. Ist ja der richtige Rapid hier. Aufpassen. Nein, ich wusste es, warum zieht die mich an. Platt im Kopf oder war. Ach, der Heddy und seine Kanonenkugel-Affinität, ey. Der Heddy und seine Tollkühle-Krui, ey. Erstmal ein Abgrund mit dir. Äh, ist das was für dich? Ich weiß nicht. Sehen wir gleich. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott. Okay, es wird schon. Irgendwann. Irgendwie. Herr Gantt. Na? Rapid. Wie komme ich da oben an die Münze? Ist scheißegal. Mach ne... Mach ne Rad. Rapid! Halt's Maul. Mach ne Rad. Ja, eins. Und nicht hier. Normaler Sprung wäre besser gewesen. Zehn Millionen hintereinander. Zehn Millionen. Es war eins. Nein, zehn Millionen. Eins. Achtung, Kanonenkugel. Mist. Ach Mist, sagt er auch noch hier. Kannst dich auch ducken, weißt du das? Ja, ja. Der Duckknopf, der funktioniert noch schlechter als der Aknopf. Oh. Ach, scheiße. Oh, hey, nee. Oh, verdammt. Ah, nicht so viel Wind machen hier. Ah, du Sackgesicht. Der war doch gerade erst aus. Warum geht der dann wieder an? Nur weil ich von da in das Stückchen von links nach rechts gerannt bin. Leck mich doch. Hörst du das auch? Äh, Bullshit. Blabla, blabla, blabla. So. Uff. Nein. Ich wollte dieser eine Fuzi auch für Kanonenkugel sein hier. Verdammt. Ach. Ich hab weggewartet. So, jetzt aber. Jetzt bin ich mal dran, oder was? Ja, das ist aber auch aufs... Ich hab keinen Schwengelkopter, das ist voll fies. Kacke. Hat er dich weggewammt, ey. Ja, aber ich mein keine Kanonenkugel. Ja, ja, komm. Ich mach das jetzt hier, first try. Facemash. Ja, wenn Facepalm nicht ausreicht, dann brauchst du halt eine Kanonenkugel. Ja, genau. Da sind die Fels schon... Ach, das Schwengelcheat. Schon so vorangesch... Nein! Ich wollte einen Shortcut benutzen, glaub ich aber. Da sagt er sich direkt, fuck you. Aber wir haben, wie wir schon gesehen haben, schon alle Bonuslevel. Ja, 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 immer alles positiv sehen. Da haben wir schon irgendwas gut gemacht. Oh, Wind! Wind! Das himmlische Kind... Nein! Nein! Du dreckst... Sch... 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 Rippel, was machst du? Ausrasten wegen dem Wind. Mann, lass doch den Wind, ey. Der kann doch nix... Wehe. So, jetzt. Nein. Jetzt. Ach so. Ja, das war gewollt. Alter! Nein! Jetzt ist es erstmal gut hier. Es ist gut. Es ist gut. So, jetzt aber. Was hast du, ey? Ja, ich eskalier hier voll, ey. Soll ich mich mal nur holen lassen, hier? Nein! Oh! Oh mein Gott! Ich kann nicht mehr. Weißt du, wie es mit mir hier geht? Ich bin viel schlimmer dran als du. Besser. Ey, das ist ein pinker Pilz. Friss ihn. Was ist da? Ein pinker Pilz. Friss ihn. Ist kein pinker Pilz. Das ist ein pinker Pilz. So. Ohohoho. Versuch, oben auf dem Plateau zu landen, das jetzt kommt. Siehst du das? Versuch, da drauf zu landen. Ja. Weil! Warte. Ja, und jetzt mit dem Wind nach rechts schwengeln. Genau. Ja, irgendwie hat das nicht geklappt. Ich weiß gar nicht, wo ich aufhör. Ah! Ah! Okay. Ich würde sagen, ich mach da mal das Level zu Ende. Was? Waffe, ey. Warum haben wir jetzt die DK-Münze nicht gekriegt? Weil du zu hoch geschwengelt bist. Andererseits wären wir aber dann nicht ins Ziel gekommen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Guck mal, jetzt kommt die alte Plunze. Ja, Mann. Wie gut, dass ich das Level gerettet hab, würde ich sagen. Ja, ja. Du kannst speichern gehen. Du hast das Level mal wieder gemacht. Na ja, klar. Wer sonst, ne? Meine Hilfe. Hä? Doch. Deine Cheater-Hilfe war schon hilfreich. Ich meine, es war immerhin ein Cheat. Oh, guck mal. Der Cranky Kong ist sogar mit der zusammen hier, ey. Ja, ich weiß. Der alte Schlawiner, ey. Ist ja alles hier eine Inzest-Familie ohne Ende, ey. Bitte, dreppet. Hä? Du bist ja alle miteinander verwandt und was denkst du, wo die alle herkommen? Wie erklärst du dir bitte sowas wie Funky, Swanky oder Lanky Kong oder Behindy Kong aus Teil 3? Oh nein. Papageienabsturz. Äh, Absturz. Das ist das richtige Wort. Fade? Oh nein. Nein, Honig. Los, nimm ihn dir. Also mich. Fall. Fall einfach. Oh. 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 Was ist hier? Voll der Cheater-Vogel. Irgendwie gefällt mir das nicht. Der ist lila. Ach, der kann gar nicht hochfliegen, oder? Der kann es mit dem nicht fliegen, ne? Nur lenken. Oh ja, verdammt, nein. Kann der kotzen. Was? Nein, der kann überhaupt nicht. Der kann also nur langsam fallen. Äh? Schmeiß da dich ab, du bist denn zu fett. Was ist er denn hier für ein Troll, ey? Ähm, die Frage gebe ich direkt an dich weiter. Ja, übelster Troll hier. Okay. So, jetzt kommt hier Skillmaster 5000. Aber du kannst langsamer fallen, ne? Oh. Ja, der Bumper ist irgendwie total auswagend. Wie mache ich das? Hochdrücken. Ah, hochdrücken, okay. Okay. Ach, du Schu... Du Lursch. So. Wo geht's weiter? Ah, da unten. Ja. Ja, noch ein bisschen bitte. Oh, oh. Der Nemesis ist für der Rapid wieder. Oh, und noch einer. Ähm. Hü. Hüge, münge. Okay, okay. Hüster. Okay, okay. Alles gut, alles gut. Was ist das denn, ey? Die Musik ist übrigens geil. Ja, die ist wirklich verdammt cool. Ja, man. Wie in allen Donkey Kong Countries. Ähm. Joa. Ach, komm, hör auf jetzt. Hör auf. Joa. Mach mal nach links hier. Wo ist denn die DK-Münze? Hat der gerade gekotzt? Was für du... Ah, 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 ah. Was ist denn das für ein Spasti? Der hat mich abgeworfen. In den scheiß Biber. In den, was ist das? Nochmal Stachelschwein. Ja, der hat voll Sympathie-Punkte gekriegt. So ein Wichser. Ja, guck mal, der hättest du voll hier was holen können, ey. Ja, der hat mich ja vorher abgeschmissen, der Sack. Ja, guck mal, ey. So ein Rassist. Sexist. Ja, hm, 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 hm. Ich wollte die Staude nicht nehmen. Die war da so schön am Baumeln. So, jetzt kannst du nämlich nochmal dein Bestes geben. Das haben wir ja vermisst hier. Von Anfang an hier. Ach, da war die DK-Münze. Ja, ich hab's gerade auch gesehen. Toll. Wir müssen jedes Level nochmal machen, weißt du es eigentlich? Wie jedes? Ja, denke ich mal, um die ganzen Secrets zu kriegen. Ach so, wenn der kotzt, dann lässt er los. Ja, dat, 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 dat. Ja, das ist ja auch schön. Also, wenn er so, äh, macht, dann ein bisschen zu fett. Ja, machst du da kurz. Kannst du ihn aber noch kurzzeitig steuern. Und so kannst du ihn dann noch zu diesem Bonus-Fass da nach links driften. Jetzt lässt er dich gleich fallen. Oh, das sieht man ja gar nicht. Was denn? Oh, alles ist hier. Nichts, nichts, alles gut. Alles under control hier. So, aus dem Weg hier. Und da kommt das jetzt, wo du dann nach links musst, wenn er anfängt zu rätten. Ich kann dich auf alles gucken hier, ich bin nicht multitasking. Ja, ich schrei dich dann ganz dreckig an. Ach so, wie immer, okay. Dann bin ich ja vorbereitet. Nach links ziehen, ganz scharf. Da war ein Bonus. Weiter, weiter runter. Ja, genau, du kannst ja Schwengel cheaten. Ja, ich kann Schwengel cheaten. Genau, dahin. Oder auch nicht, weil man da wahrscheinlich rauskommt, nachdem man da oben dann rein ist. Oh man, das ist ja voll die Treppe hier wieder, ey. Nur von Rapid für Rapid. Ach ja, komm, ich hab überhaupt nichts gemacht. Da hat er keine Lust mehr, begehrt Suizid. Ja, Rapid, der macht mich schon wieder fertig hier. Ach, der hört doch ruhig. Äh, 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 äh. Ja, komm du Skill-Bunker jetzt nicht mal zu, ey. Die Staude anders platziert. Was zur Hölle? Hey, ich hab gesagt was. Nur wieder hier Zufallsvariablen und, äh, wir... Ja, komm. Das war eine Zufallsvariable. Hey, da fuckt sich Skype wieder ab. Kacke, ey, scheiß Programm. Wir sollten TS nutzen. Wenigstens wird diesmal der Sound nicht runtergeschaltet. Er macht ganz dreist weiter. Oh, cool, der Anruf ist komplett fehlgeschlagen scheinbar. Ja, Achtung, der wirft dich ab. Oh, ready. Er macht das Level jetzt aber... Oh, der hat einen Honig. Was macht er denn? Jetzt hat er keine Lust mehr. Ja, da kommst du nicht mehr ran. Lol, so ein Noob. Ja, mal gucken, ob er mich eingesammelt bekommt, ohne dann drauf zu gehen. Ja, das hat sogar funktioniert. So viel zum Thema. Dann will ich mal gucken, ob ich das hier... Oh Gott, ob ich das hier nicht beendet bekomme. Ja, äh. Wir machen hier einen kurzen Cut. Verbindung wieder herstellen, würde ich sagen. Weil irgendwie will das gerade nicht. Mal gucken, was er macht. Nö, kurzer Cut, bis gleich. Was für eine Scheiße. Ja, deswegen will ich ja nicht gern mit Skype aufnehmen. Ja, gut, aber wir gehen jetzt weiter, wa? Ja. Oh ja, immer wieder aufs Neue hier. Bereiten uns Skype eine Freude. Ja, deswegen sage ich ja immer Mumble oder TS wäre noch okay. Ja, Mumble, du hast mir überhaupt nichts gesagt hier. Mumble, du hast gesagt, was ist das? Ja, hab ich gesagt, WTF. Ja. So, äh. Warte, machen wir hier schon mal? Ja, wir machen jetzt hier Highspeed. Äh. Ey, der hat mich jetzt fast hier runtergeschmissen. Da wieder, oh. Ja, ich wollte aber, na, dann, nein. Huah. Das war noch viel schlimmer. Da brauche ich einen Schwengel-Cheat dafür. Das war noch viel schlimmer als mein Versuch. Du meinst ja, wo du eben daneben gesprungen bist und unbedingt wieder da hoch wolltest? Ja, ja. Ach, ich habe, mir ist doch gerade eingefallen, dass ich überhaupt nicht auf Abwesenheit gegangen bin. Beschäftigt bei Skype ist auch egal. Nein! Scheiß, auf den Papageien. Wer braucht den schon? Ja. Was tun wir hier? Keine Ahnung. Also, ich weiß, was ich tue. Und zwar, ähm. Der Hell, sie holen. Ja, ja. Ach, ich bin zu fett. Ach, so ist dir das eben passiert. Du hattest Angst, nach links zu gehen und bist dann nach rechts in die Biene rein, wie ich gerade. Ja, irgendwie so. Irgendwie so. Kack, Bienen. So richtig high-skillig. Ja, guck mal, hier vor die Treppe. So, wir haben auf jeden Fall gleich wieder ein Leben. Hättest du die Biene anstauder genommen? Ja, hätte ich sie genommen, aber nein. Ein paar Bienen. Der Skill hat es mir verboten. Oh, ich hast das Skill gesagt. Scheiße. Scheiße. Timing. Nimm das Fass. Genau, erstmal der Rapid. Und jetzt... Lass dich fallen. Boah, ey. Klimpa, klimpa, klimpa. Aber aus dem Welche. Du hast mal ein bisschen Käfer. Aus dem Welche. Da oben war was. So, Rage. Ja, toll. Wir haben ja sowieso wieder alles ver... Was? Ach, Mann, ey. Immer ich. Ach, das Spiel labert. Das erzählt voll Bullshit hier. Hat er gekotzt? Hat er gekotzt? Er hat gekotzt, oder? Bleib mal hier, genau. Angst. Boah, das wäre nämlich schon wieder der Tod gewesen. Oh, 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 oh. Ey, Rapid. Oh, Rapid mit dem Bob ist auch noch da rein. Ja, irgendwo muss das Fett halt hin. Ja, aua, aua. Warum gehen wir da überhaupt rein, ey? Wir können doch dran vorbeilaufen. Was? Ja, das ist halt das Spielprinzip hier. Ja, ich verstehe das nicht. Wir müssen leiden. Na gut, das verstehe ich, ja klar. Das... Ja, du Prost Mistviehweiße. So, dann gucken wir mal. Gut, genauso wollte ich das jetzt machen. Ganz genauso. Ja, das dachte ich mir auch schon. Das sollte nämlich eine große Atmosphäre erzeugen. Ja, klar. Ey, pass auf, ey. Ja, weißt du, du hast echt ein perfektes Timing. Erstmal nach links rüberziehen und dann... Ja, aber direkt da rein. Jetzt darf ich hier wieder, weiß ich. Ja, bei 55 Münzen können wir uns ein Maschinengewehr kaufen. Ja, klar. Mit einem Itemshop. Oh, das... Ja, da hat Dix ja mal den Arsch reingezogen, ey. Fuck, achso. Oh, Alter, erst mal kurz Angst, ey. So, jetzt wieder... Oh, da soll er der Schnellschrecken, ne? Dreh dich einfach durch. Was machst du da? Und da oben ist es, ja. Genau, da oben rechts. Da hast du es gesehen. Etwas. Ja? Anderes rechts. Ja, ich will von hier nochmal. Genau das. Nein! Oh, wir sind echtes Skipp. Wir. Wir. Ja, okay, du. Du bist der echte Skillbolzen hier. Ich bin zu dick für das Spiel hier. Was kommt denn jetzt nochmal? Ach ja, stimmt, der kotzt mich ja jetzt wieder weg. Faules Mistvieh. Das passt aber auf hier, ne? Ich habe keine Ahnung, was passiert. Ach, das stimmt, da war ich mit den Boppels dran, ne? Ja, der Rapid passiert nämlich. Das ist nicht gut. Oh, 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 oh. Hochziehen. Unter. Oh, ein G. Oh, das... Ach du, Mann! Ich dachte, die fliegt in einen größeren Kreis. Du sollst doch nicht denken, wenn wir spielen. Ach so. Das ist nicht gut. Und mein auch nicht. Ach so, ein Moment. Das kann man... ...schalten. So. Huuuuh! Wenn man merkt, dass du nicht denkst. Ja, ja. Das sind die normalen Head-Benjamin-Geräusche. Und diesmal... ...fliegst du erst weiter runter, bevor du mich in das Fass oben reinwerfst? Ja, ja. Nein! Links ist das Honig-Zeug. Genau, ich weiß. So. Hör auf zu fressen, lass los! Lass los! Das ist halt klebrig. Ja, was nützt das? Wir haben sowieso schon 100 gefühlte Bonus-Fässer in dem Level verpasst. Aber egal. Ich dachte, du meinst jetzt 100 Bonus-Pfund. Ein guter Vogel! Ja, sicher. Der ist gut. Der kann hier Cookie schmeißen. Oh, 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 oh. Cookies. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Aus dem Weg hier. Ja, und jetzt kriegen wir noch nicht mal ein Leben. Und hier in den Tiefel? Aus dem Weg! Ah, okay. Jammer. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich daneben schmeiße, aber... Okay, nicht so wirklich. Hallo! Komm. Komm jetzt aber hier. Oh, wir brauchen das Fass mal nicht. Cool. Rechts! Ja! Ist ja gut. Papa macht das schon hier. Mhm, mhm. Oh, oh, oh. Oh, jetzt wirst du zu früh fallen. So, jetzt mach ich mal den richtigen hier. Ja, da hat meine Wampe schon die Stachel gestreichelt. Ja, deine Wampe ist ja egal. Hat er gekotzt? Nein. Oh, oh, oh. Doch. Doch, das hat er. Siehst du, jetzt, jetzt hat er es aber gemacht. Jetzt hat er es gemacht. Erst mal hier nervös machen. Der rappelt ganz wuschig. Oh. Oh, 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 oh. Nicht zu weit. Nicht zu weit. Da oben rechts ist was. Oh, hast du fein gemacht. Ich bin stolz auf dich. Äh. Wow. Wow. Achso. Ja. In Leben. Jetzt geht der Spaß erst mal weiter. Hammer mit den... Bambaminen. Vitamine. Stammens. Links. Nicht zu weit links. Nein. Ah. Okay, hast du gut gemacht. Ja. Oh nein, ich muss niesen. Nein. Jetzt hat es mich erschreckt, obwohl ich gar nichts passiert. Wo geht es weiter? Ah, lass mich nein. Was? Ach, rappelt. Jetzt muss ich nicht mehr niesen. Oh, willst du mich jetzt veräppeln, oder was? Ähm. Lass uns mal den Skill auspacken hier. Mann, wir können... Nein, der bleibt da, wo er ist. Ich parze dein Level hier. Ich brauche meinen Skill noch. Wofür denn? Dark Souls als Magier. Ach, komm. Wer spielt schon Magier? Das ist die wahre Herausforderung hier. Mhm. Nein. Ach so. Ich dachte, da käme noch ein paar Bienen mehr. Oh mein Gott. Ich meine, es wäre ja für dich egal. Du kannst ja auch langsam runterschwingen. Das kommt im Endeffekt aufs selbe raus. Ja, aber wir sollten jetzt trotzdem mal so... Vielleicht sogar besser, weil du keine so riesige Hitbox hast. Ja, du bist die riesige Hitbox, ey, mit deiner Pocke. Oh. Ähm, ja, was? Was hast du gesagt? Sorry, ich kam nicht so ganz mit gerade. Äh, ja, ich auch nicht. Meine riesige Wampe hat mir hier ein bisschen die Ohren zu... Zu gewammt, ey. Ja, Bullshit. Bla, bla, bla. Zu gespeckt. Jetzt hole ich da. Ich nimm dich, du Sau. Ja, nimm mich. Schmeiß mich schon mal da runter ins Bett. Und... Oh, oh. Brauchen wir das nochmal? Keine Ahnung. Ach so, äh, Moment. Du soll drücken. Ja, 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 ja. Wih. Oh, Alter, hier. Der Skillomaniac. Der Skillz. Skillz. Ah, meine Wampe ist zu dick. Ja, zieh sie doch mal ein, ey. Wir müssen mal wieder zum Training gehen, Dixi. Dixi, stichst du mir. Ah, scheiß Vogel. Oder der Vogel geht ein bisschen Bodybuilding betreiben, damit er uns besser tragen kann. Ja, er soll mal hier Cookies kotzen, wie sein grüner Kollege, ey. Das ist voll das geile Feature. Geh, geh, geh. Cookie, Cookie. Was kommt jetzt? Wo kommt was? Das heißt, der Rappet nicht gegeil. Alter. Nein, 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 nein. Oh, doch, 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 doch. Das sieht gut aus. Du wirst ja wohl jetzt da reinpassen. Er kotzt. Was zur Hölle? Äh, spring mal. Muss die Aufnahme beenden. Warum? Ich kann nicht mehr steuern gerade, Moment. So. Hopp, hopp, hopp. Yeah, da war noch eine Banane. Ist mir so egal. Da hat Anti-Wir sich gerade in den Vordergrund gedrängt. Können wir gerade mal zur Oma speichern gehen und einen kurzen Cut machen? Klar, Baby. Und dann machen wir den Schwanky. Äh, danach dann, ja. Ja, ja, klar. So, Leute. Ja, wir hatten jetzt wieder haufenweise Probleme hier. Fucking Anti-Wir. Wegen der Rappet und so. Skype und Anti-Wir. Fuck yeah. Ja, Skype und Anti-Wir. Fuck off hier. WTF und so. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Seid dann auch im nächsten Part wieder mit dabei. Wenn es wieder heißt... Donkey Kong Country 2. Mit der Rappet und der Held. Mit der Rappet und der Held. Und, 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 und Kaumik Haulen. Schlamm mit Bananenschwengehaaren. Bis dann. Schlamm mit Bananenschwengehaaren.